St. Leonhard Zu St. Leonhard gibt es am Haflingerhof Lueff eine nun schon langjährige Tradition. Treffen sich doch Reit- und Pferdesportbegeisterte aus der Umgebung zu einem besonderen Ausritt. Wir veranstalten hier den 10. Leonhardi-Ritt. Das ist entstanden eigentlich aus einer Laune heraus für die Kutschenfahrer. Die Reiter haben sich ein bisschen zusammengerät und so ist das entstanden. Wir befinden uns hier im wunderschönen Kuhort Bad Schönau am Haflingerhof Lueff. Es werden ca. über die 30 Teilnehmer alles zusammen dabei. Was verbirgt sich unter dem Wort Leonhardi-Ritt? Leonhardi ist der Schutzpatron der Tiere und ganz besonders der Pferde. Und wir sagen, einmal im Jahr holen wir sich da ein Segen von der Kirche, von Herrn Pfarrer, um Danke zu sagen, dass nichts passiert das ganze Jahr über und das nächste Jahr so weitergeht. Aber bevor sich alle Anwesenden auf den Weg nach Bad Schönau machten, mussten noch zahlreich Pferde vor die vielen Wagen gespannt werden. Dabei sollte jeder Handgriff sitzen. Ist dieser Ritt ausschließlich für Haflinger oder gibt es da andere auch, die da teilnehmen mit anderen Pferden? Nein, das ist natürlich für jede Rasse, jeder kann da mitreiten, das ist natürlich kein Problem. Und wie lange ist der Ritt? Von wo wird da hin geritten? Wir reiten da jetzt von da weg Richtung Kirschlag, dann Richtung Bad Schönau. Das dauert ca. eine Stunde die Runde. Bei herbstlichen Temperaturen geht es schließlich mit ein bis zwei Pferdestärken langsam in Richtung Bad Schönau. Eine idyllische Strecke, die Fahrer und Gäste sichtlich genossen. Wie ist denn eigentlich der Haflinger so in Österreich und zum Reiten? Der Haflinger hat bei uns Tradition, der ist früher schon so verwendet worden, hauptsächlich zu der Arbeit auf den Feldern, weil es bei uns so steil ist. Es ist ein trittsicheres Pferd, es ist ein gesundes Pferd und wird hauptsächlich zum Reiten und Fahren verwendet. Dankeschön, lieber Bauer, Dankeschön Bäuerin, eure Händearbeit weist uns darauf hin. Vor der Marienkirche in Bad Schönau endete die Ausfahrt bei einer kleinen Messe mit anschließender Segnung der Pferde. Dankeschön, lieber Bauer, Dankeschön Bäuerin, drum Dankeschön, lieber Bauer, Dankeschön Bäuerin. Nach ca. einer Stunde ging es für Pferd und Fahrer wieder in Richtung Heimat. Und nicht nur das Lied, auch das Wetter zeigte, dass der Sommer schon einige Zeit vom Herbst verdrängt ist. Schönstaat ist schon worden, ja, kein Vogel singt mehr, ja, und es ward schon der Schneewind vom Wettersteuer her, ja. Und es ward schon der Schneewind vom Wettersteuer her.